Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, in diesem Video werde ich euch nichts erklären, sondern ihr bekommt eine Aufgabe, denn wenn man in der Mathematik etwas selbst lösen kann, selbst auf etwas kommt, dann kann man es sich oft viel, viel besser merken. Es geht hier um den Hund, der ist an eine Laterne festgebunden. Ich habe den Punkt, wo er mit der Leine an die Laterne festgebunden ist, mal mit dem Punkt M gekennzeichnet und damit wir den Hund ein bisschen vereinfachen können, der Hund ist der Punkt H, also das, was hier rot markiert ist. So, meine Frage, welchen Bereich sollte die Katze meiden, dass sie nicht auf den Hund trifft? Oder andersrum gefragt, in welchem Bereich kann sich denn der Hund aufhalten? Wo kommt er denn überall hin? Versucht das mal auf diesem Arbeitsblatt zu markieren, in welchem Bereich kommt der Hund überall hin? Oder, anders gefragt, wo sollte die Katze versuchen nicht hinzukommen? Wer dieses Blatt jetzt vor sich nicht liegen hat, hier gibt es einen Link, wenn er den ins Internet eingebt, dann kommt er zu einem PDF, das könnt ihr euch ausdrucken und dann habt ihr auch Katze und Hund vor euch. Versucht es mal zu lösen, versucht diese Aufgabe mal zu skizzieren oder schreibt euch dazu, wie ihr vorgehen würdet und dann sehen wir uns nächste Stunde. Tschüss!